hallo und herzlich willkommen auf mockscout deinem kanal für interessante lego sets und spannende eigenkreationen aus klemmbaustein heute haben wir mal ein kleineres mock hier stehen und zwar die pirate beach hut mit der mocknummer 45786 das ist ein rebrickable mock da findet ihr es auch und ein alternative build der pirates of the barracuda bay dem tollen idea set von diesem jahr von 2020 mit der nummer 21 322 dementsprechend ist auch dieses mock von diesem jahr und wenn ihr es bauen wollt braucht ihr die 21 322 aber die gibt es im moment schon für 180 euro das ist ein bisschen günstiger als die preisempfehlung von lego und von daher kann man da im moment finde ich relativ bedenkenlos zuschlagen denn die pirates of the barracuda bay sind ein sehr gutes set ich habe dazu auch ein review gemacht und habe mir das da genauer angeschaut daher wenn ihr euch für die teile interessiert die besonders sind oder die figuren von diesem set verweise ich euch auf mein video von diesem set und da werdet ihr schlauer da gehe ich genauer drauf ein von den 2546 teilen aus der barracuda bay werden hier aber nur 450 verbaut ihr seht das allein schon daher das ding ist nicht so groß das ist klein und in anderthalb stunden spätestens habt es aufgebaut ich habe ein bisschen was nebenher gemacht von daher hat es glaube ich ein bisschen länger gedauert größentechnisch ist es auch kein riese 28 cm bis hier oben bis zur palme und die basis hat so 30 x 24 cm ist auch nicht so groß interessant ist dass hier tatsächlich nur inselteile verbaut werden wenn ihr euch an die 21 322 die pirates of the barracuda bay erinnert da gibt es das schiff was in mehreren stücken auf diesem insel auf dieser inselbasis ruht und wenn man das dann runter nimmt und zusammensetzt hat man ein schiff und eine leere insel die nicht so ansehnlich ist vielleicht hat sich das hier auch die designerin gedacht namentlich kathy vt oder kathy vt und hat aus den inselteilen ein schöneres kompakteres kleines in sich hin zusammengesetzt was hier als piratenversteck fungiert altersgruppentechnisch würde ich sagen hier sechs plus sieben plus das ist nicht schwierig zu bauen kriegt man ganz leicht hin und wenn es um aufkleber geht die gibt es gar nicht in dem set und prinz gibt es hier nur auf den figuren also das ist alles sehr überschaubar die anleitung ist ein pdf in sehr guter qualität von studio 2.0 erstellt das erkennt man sehr schnell und sie ist umsonst ja was kann man mehr erwarten eine gute anleitung umsonst ich glaube dass das bei der designerin auch bisschen methode hat denn ich glaube sie nimmt für keine ihre anleitung was das ist doch sehr löblich denn steckt ja auf jeden fall arbeit drin davon würden wir natürlich gerne mehr sehen andererseits finde ich darf eine anleitung auch ein bisschen was kosten damit die hemmschwelle auch zum kopieren ein bisschen kleiner ist denn es gibt ja doch immer wieder ein paar schwarze schafe die gute anleitung klauen und als ihre eigene arbeit ausgeben und wenn sie dann gar nichts kostet ist die hemmschwelle quasi nicht vorhanden so die basis die grundplatte hier besteht aus mehreren medium asur platten das ist nicht weiter kompliziert das sind 32 x 28 noppen und vorne fehlen zwei ecken das seht ihr ganz gut so figuren sind zehn stück drin beziehungsweise ich habe die zehn figuren aus der barracuda bay hier drauf gepackt denn auf dem foto auf vorne auf der anleitung sind die figuren auch mit dabei und ohne die figuren ist das hier tatsächlich ein bisschen karg ja und das ist ein echter gewinn für dieses set optisch denn ansonsten ist es nur ein inselchen wo nicht viel passiert so ich zeige euch jetzt mal die insel einmal außenrum und dann schauen wir quasi rein sofern rein geht denn man sieht eigentlich das meiste auf einen blick also hier vorne seht ihr schon die piraten sind unterwegs hier vorne ist ein kleiner steg ein inselteil ein haischwimmt rum dem klappt noch mal das mal auf dann sieht der gefährliche aus zwei krabben ein paar blümchen also die haben sich sie gemütlich gemacht die piraten oder irgendwelche wilden gewächse wer weiß und dann haben wir ein höher gelegenes plateau mit einer treppe in einen kleinen raum mit dachterrasse mehr gibt es hier nicht aber das reicht denke ich als kleines versteck schon aus die piraten sind es hat gewohnt irgendwie quer übereinander zu liegen und da vorne wird schon gebächert die haben wahrscheinlich gerade einen erfolgreichen raubzug hinter sich ein skelett haben sie auch mitgebracht beziehungsweise zwei das andere ist unten bei der schatztruhe was vielleicht ein bisschen irritiert ist hier diese medium so platte als quasi sitzbank und hier als zwischenboden das muss man einfach ignorieren oder als teppich sich denken dann stört es nicht so wirklich so in dem raum hier passiert nicht viel da haben wir ein paar flaschen rum stehen beziehungsweise hier noch ein kleines schränkchen ich habe tatsächlich ein bisschen mehr deko hier verteilt es kann sein dass das so gar nicht funktioniert wenn man das schiff tatsächlich mit parallel dazu aufbaut denn das kann man ja machen das ist die idee dass man das schiff daneben stellt und aus den restlichen teilen in die insel aufbaut aber das kann man ja dann das zubehör einfach neu verteilen ich finde auf dem schiff muss auch nicht so viel rum stehen so wie gesagt zwei schatztruhen theoretisch ist wahrscheinlich auch einer auf dem schiff oder zwei keine ahnung 12 hier stehen sie aber ich finde wo piraten sind müssen schätze sein deswegen steht auch ein gold pokal hier daneben und wir gehen weiter sehen hier noch die ananas die ist auch vorne auf der anleitung abgebildet also ich habe so ein bisschen kombiniert aus das was die anleitung mir zeigt was auf der rebrickable seite für fotos zu finden sind und ja was ich so logisch und interessant fand beziehungsweise was noch übrig war in teilen genau auch die rote krabbe ist glaube ich nicht in der anleitung so vorgesehen hier bautechnische erkennt das mit den schrägen brettern und hier diesen pfosten beziehungsweise pfeilern rund pfeilern hier auch an der seite das ist alles bekannt aus der 21 3 22 bautechnisch ist das hier nichts neues das einzige was vielleicht ein bisschen neu ist es sozusagen hier diese eigentlichen sandstrandelemente als dach was aber funktioniert ja es ist jetzt vielleicht hier eine farbdoppelung aber mai es ist erfüllt sein zweck keine frage so dann schauen wir einmal von oben drauf dann kriegt ihr noch mal einen anderen blickwinkel und dann seht ihr auch unseren red beard da oben übrigens sehr schade ist dass in diesem set zu wenig wie ich finde so federpuscheln drin sind man kann man irgendwie immer nur eine bis maximal zwei figuren hier mit federpuscheln versehen eigentlich bräuchte man noch ein paar mehr finde ich sieht auf jeden fall schicker aus mit und dann seht ihr dass hier viele noppen sind viele noppen sind super für szenische darstellung so jetzt fliegt mir hier meine eigene eine platte weg die machen wir daran also viele noppen sind für szenische darstellungen gut normalerweise bin ich eher ein fan von diesem polished look aber mit vielen noppen und vielen figuren kann man viele szenen darstellen das ist natürlich gut und an vielen stellen kann man das machen das ist super man kann auch mal jemanden schwimmen lassen oder vom haifressen lassen alles möglich hier genau von daher ist es im prinzip ein spielset und das erinnert so ein bisschen an die frühen piraten sets in den 90er jahren auch 80er jahren wo einfach nicht so viel aufgebaut war wo aber viel platz da war zum spielen also noch mal von hier der blickwinkel da kann man auch was irgendwie verstecken dann unten an den stegen zwischen den planken wie auch immer da sind der fantasie keine grenzen gesetzt so hinten seht ihr dass das eine spielkulisse ist ja das ist also hat mehr was von der spielkulisse es fehlt hier so ein bisschen der geschlossene raum oder man denkt sich das halt einfach als ja so eine art hochstand hochsitz von dem man aus weit gucken kann dann funktioniert es auch aber dafür ist es halt hier dann abgeschnitten ja da fehlt dann halt hier irgendwie finde ich noch eine plank oder sowas finde ich aber nicht schlimm weil es ist ja primär ein spielset nur einfach als kleine ergänzung genau da drin seht ihr vielleicht ein angedeutetes bett aber eigentlich ist das alles nur sehr rudimentär da hätte ich schön gefunden man hätte vielleicht noch ein bisschen mehr die verfügbaren teile genutzt aber der andere oder die andere seite dieses rudimentären designs ist eben dass man das ergänzen kann mit eigenen ideen und ich zeige es euch noch mal von der seite das fand ich persönlich doch ganz erfrischend denn ich fand es hier sehr leicht und schön sachen zu ergänzen was vielleicht nicht so ganz logisch ist zum beispiel dass hier dann an den beiden clips die eine anleitung vorgesehen sind auch so wie sie hier sind keine ranken befestigt sind während hier eine ranke dran ist also das ist nicht so ganz schlüssig warum vielleicht das eine so das andere so gelöst ist aber ich glaube die designerin hat jetzt auch noch nicht so extrem viel erfahrung beim designen von sets beziehungsweise sie hat einfach noch nicht so viel designt vielleicht hat sie ja schon mehr designt aber noch nicht so viel online gestellt kann auch sein so also noch mal der blick auch von unten da seht ihr die platten die verbaut sind es sind medium asur platten alle möglichen größen aber das ist ja alles kein hexenwerk nicht weiter kompliziert und wie ich finde einfach ist das ergebnis schick es ist zwar simpel aber es ist schick es gefällt mir gut so einfach ein schönes mock für zwischendurch genauso war es auch für mich ich baue ja viele große sets und jetzt brauchte ich mal was kleines was schnell geht wo das erfolgserlebnis schnell da ist na und ich finde einfach die basis insel der 21 3 22 nicht so ansehnlich vor allem sie ist auch zweigeteilt und da rutscht es rum das ist sowieso stabilität ist mir wichtig da ist das hier deutlich besser also ihr hört da auch nichts rascheln ja gar nichts das ist alles stabil so wie es ist und höchstens wenn man mal was in die truhen reinsteckt wird es vielleicht instabil das kann sein bzw nicht instabil sondern ihr hört es halt rascheln so dann versuchen wir mal eine wertung ja das geht denke ich recht zügig spielspaß ist hier gegeben es gibt viele möglichkeiten hier szenerisch szenisch aktiv zu werden allerdings gibt es wenig interaktive elemente man kann halt mit den figuren spielen das lebt von den figuren von daher durchschnittlicher spiel spaß drei von fünf briggs bauspaß den hatte ich schon er war halt schnell vorbei und man baut halt nicht komplex von daher würde ich sagen bauspaß durchschnittlich drei von fünf briggs ja so stabilität ihr habt gerade schon gesehen und gehört da fliegt nichts ab das ist stabil auch mit den palmen von daher vier von fünf briggs denn die palmen konstruktion sind von ihrer art her so dass sie nicht beliebig stabil sind man kommt mal ran dann fliegt ein teil weg das ist halt so so optisch gefällt es mir gut aber es ist halt einfach nicht so viel dran man hätte hier und da noch was ergänzen können von daher drei von fünf briggs der preis der hat sich ein bisschen geändert von dem wie ich daran gehe ich habe gesagt bei mox bewerte ich inzwischen jetzt im moment den preis der anleitung und nicht den preis der teile denn man braucht ja auch gar nicht alle teile um das hier zu bauen das heißt ihr braucht gar keine vollständige barracuda bay solltet ihr das bauen wollen für sich und die anleitung ist umsonst von daher was sollen wir geben fünf von fünf briggs billiger als umsonst geht es nicht so komme ich zu meinem gesamturteil für dieses schöne kleine mock von drei von fünf briggs es ist solide es ist ganz gut aber es hat in vielen bereichen wie ich finde noch luft nach oben aber auf jeden fall etwas was sich lohnt zu bauen und was eine bereicherung ist wenn man eben die barracuda bay als schiff daneben stellt so ich hoffe das war ein bisschen erhellend oder hat euch einen einblick gegeben in diese schicke kleine mock und wenn ihr ergänzungen habt oder anmerkungen gerne in die kommentare ich freue mich immer wenn ich kommentare beantworten darf ich finde da könnten noch viel viel mehr kommen ich habe noch ganz viel zeit die zu beantworten und dann gebt doch vielleicht die daumen hoch wenn es euch gefallen hat lasst vielleicht sogar ein abo da würde mich sehr sehr freuen und dann sehen wir uns das nächste mal beim nächsten video beim nächsten mock oder alternative bild auf mockscout